Hallo meine lieben Freunde von Rikos Tipp. Heute mal was ganz anderes. Also ich beschäftige mich heute mal mit Technik für euch. Und zwar kennt ihr ja viele Smartphones, sind auf dem Markt und es gibt sicherlich total viele geile Handys, ob von Samsung, ob unser iPhone. Aber ich mag es immer noch klein. Also ein Handy muss praktisch in die Tasche passen und ich liebe natürlich auch meine Tasten. Nach langem hin und her habe ich dieses kleine Schmuckstück von Motorola gefunden, was ich total cool finde. Du hast genauso wie bei anderen ein Touchscreen, kannst ins Internet gehen, kann alles was ein Smartphone auch kann, hat aber wie gesagt noch unsere Tasten, unsere Buchstaben und wenn du möchtest verschwindet dieses Motorola Handy total klein in der Tasche. In der Beschreibung unten könnt ihr genau lesen, was es für ein Motorola ist, wo ich es gekauft habe, wo man es besonders günstig bekommt. Ansonsten ja, wenn ihr weitere Infos braucht, zum Einkauf auf www.sorgenlos-team.de, nutzt den Gratis-Report, verpasst keine Schnäppchen mehr und würde mich freuen über ein Abo von euch hier auf YouTube. Für dieses kleine wunderschöne Handy wünsche ich euch viel Spaß und bis dann. Tschüss, euer Rikko.